Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren der stärkste Drache der Yu-Gi-Oh! Welt. Wir sind auf der Suche nach dem stärksten Drachen. Schreibt in die Kommentare eure Favoriten. Und in diesem Video geht es um das dunkle Magermädchen und zwar hier als der sogenannte Drachenritter, die Drachenritterin. Das ist gerade frisch rausgekommen hier aus dem Dragons of Legend Display und lesen wir uns mal den Effekt durch. Wir brauchen dazu ein dunkles Magiermädchen und ein Monster vom Typ Drachen, das hat man also relativ schnell raus. Und es muss als Fusionsbeschwörung mit dem oben ausgeführten Fusionsmaterialmonstern oder mit das Auge von Team Marius beschworen werden. Und kann nicht auf eine andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Einmal pro Spielzug, wenn des, ja während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann eine offene Karte auf dem Spielfeld wählen und diese dann zerstören. Also wir haben hier einen richtig coolen Effekt mit einer ATK von 2600 und einer Defense von 1700 ist das nicht der schlechteste Fusionsmonster, das ich kenne. Typ Finsternis und auf jeden Fall empfehlenswert, gerade auch wegen dem coolen Design. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Karte findet. Und das war's von einer weiteren Folge der Stärkste Dache der Yu-Gi-Oh! Welt. Ciao!